Heute spielen wir zusammen, ja? Weil das schön ist, weil mir das gefällt und ich freue mich immer auf den Mittwoch. Ich bin deutsch aus Russland. Und er ist auch so. Warum doch nicht? Du hast doch nicht geboren in Deutschland. Aus Ukraine. Ah, du bist aus Ukraine. Er ist aus Ukraine. Nein, das ist nicht. Heute nicht mehr. Und ich bin aus Sibirien. Aus Novosibirsk. Wer filmt das? Ja klar, gibt's in Klarental. Sie zum Beispiel. Wie viel gibt's da? Wahrscheinlich 30 Nationalitäten in Klarental. Ja. 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 Ja.